Herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo auf meinem Kanal. Heute testen wir für euch den Donnerschlag von Xplode. Das sind drei kubische Kanonschläge mit einer NEM von 15 Gramm, sprich 5 Gramm pro Kubi. Lassen wir uns mal überraschen, die Verarbeitung sieht eigentlich trotz all dem auch recht gut aus. Viel Spaß bei der Zündung! Zündung! Ja, auf jeden Fall recht ordentliche Kubis. Keine Verpuffer dabei, guter Knall. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.